Solang es sich wieder vier von diesen Hexen sind oder waren es nur drei die genervt haben? Aber guck mal die haben... Ne, vier Hexen hatten die. Die hatten zwei Demos und zwei Destro. Ja, aber die vier BM-Handler finde ich eigentlich viel schlimmer. Weißt du, so vier Zoos. Alter, ich warte wie viele Mobs das werden. Johnny, du warst nicht in dem BG mit den Hexen. Eben oder was? Wir haben jetzt immer zwei oder drei. Ich musste meine Maus festhalten, damit ich sie nicht werfe. Ja, aber das ist doch dann eigentlich... Dann ist es doch eigentlich schon viel schlimmer, wenn du sie festhältst, weil dann hast du ja die Möglichkeit, sie zu werfen. Ich würde gerade sagen, der setzt einen Ring of Shit. Uhhh. Ja, aber die kommen trotzdem und kriegen wir da hinten hin. Und, und, zack. So, erst mal ein bisschen gecleared. Können wir weitermachen. Ich bin dabei. Uh. Naja, die Backline bei denen stirbt auch gerade schon weg. Jetzt dann hier nochmal. Ja. Ja, ist tot dann vor uns. Gott, krieg ich ja gar nicht. Egal, der stirbt. Ja, um zu euch zu kommen, ist ein bisschen gefährlich, ne? Alles gut, ne? Wir sind ja safe. Pass auf, ich chuckle gleich den Dudu. Was ist dran? Wart, wart. Er könnte? Naja, der hat, äh, hier, Guardian. Ja. Für den IPL. Äh, lass mal auf den Charmy gehen. Auf den Matur. Dann. 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 Little Time. Ich hab Big Damage gleich für den Charmy, wenn du da bist. Du auch. Ready? Ja. Asha, Big Damage! Ich kann euch nicht heilen. Boah, das war knapp, Alter. Obwohl eben so kaum da irgendwie... Also ich krieg grad nix durch. Ich heil. Ja. Hab dich. Ich bin oben. Chris ist jetzt im Stun. Putter im Down. Andere auch. Ich bin oben. Ich hab beim Mikro's, dass die ganze was an und aus geht. Echt? Aber jetzt noch mehr, oder? Ich weiß nicht, irgendwas ist grad. Ist egal. Leute, ich muss trinken. Ne, Thorsten, Thorsten, was bist du? Du bist das hier gar nicht. Ne, ne, alles gut. Ich hab gedacht, das wärst du. Weil du bist noch nie hier und das hat man vorher nicht. Alles gut. Oh. Ne, ne, ne. Kann sie nix machen. Hä, warum geht die Flagge in die Mitte oder zurück? Keine Ahnung. Hä, was macht ihr da? Ja. Jetzt kommt er hier. Vitamin. Oh, wir haben kein TH. Äh, B11. Das sind mehrere. Wie viel? Eins. Eins. Zwei. Ah ne, zwei sogar. Kann man beraten. Ja. Ja, auf den Shadow rein. Gut. Wen? Da gibt Turtle. Ja, ja. Wollt schützen. Das fehlt dich eben. Ich bleib bei der Flagge. Ich bleib bei der Flagge. Ja, der will halt. Ach ne, der hat. Der ist ja hier. Das sollte nicht lang. Kannst du was dann? Da. Ich hab gesagt, der lebt noch. Oh nein. Jetzt kommen sie hier. TH. Jetzt aber down. Tschüss. Moment. Various. Auch down. Revengeance up. Scheiße. Voll in Spellreflect rein gerascht. Scheiße. Ah, der stirbt gleich. Warte hier. Komm, komm, komm. Mach die. Oh nein. Ernsthaft. Unchillt. Nein. Scheiße. Der kommt ein Rope. Wottel. Ich hab nix. Der will auch noch mal. Ich hab erst den 20 Sekunden wiederhatsch. Ja, der ist weg. Komm, Bob, mehr. Ja, wir können ja tatsächlich alle weg. Äh. Komm gleich her, wieder was? Drei Ink. Vier Ink, glaube ich. Shadow. Ja. Machen wir Vibing Rogue. A Flash. A Flash. Hast du Standarte? Äh. Ne, ne. Leider nicht. Juhu, das ist ein Rogue. Der Rogue ist schon in den Fight. Stun ihn. Entry. Boah, f*** euch, ey. Ich komm hoch. Ich kann mit den não hin. Ja, ich kann mit den dann in den Land. Ach, wenn du in den? Bis dahin oder nicht. So wenn du in den in den, dann... ま圍 sagt man nicht mehr. Na das ist gut. Boah, die haben so damage-ig gerückt. Dann würde ich nochmal kommen Ihr habt jetzt bei euch auch hier Ihr habt bei euch auch hier Ja ja Gegen zwei Palas wird schwer für die Thorsten das bist du nochmal Hört nur ein Rauschen bei dir Wenn du irgendwas sagst Aber der Mikro ging mir die ganze Zeit an Ich hab nur ein Rauschen Na gut, die Miers kommt in die Rogues Boah, jetzt sind's alle in der Mitte, Alter Ah, einer hinten bei Magier und einer Mitte Wollen wir rüber den? Ah, guck mal da kommt was Komm, wir gehen auf den Shadow Dann gehen wir rüber Ja, okay Wie er direkt umdreht, Alter Ja, geil, wieso hab ich das nicht dispelled? Dankespiel Mach den nächsten Hutch direkt Okay, Dispersion Slow ihn Ach, dahinten, hinter uns Heiler ist dahinter Wieso, wieso dispel das nicht? Ernsthaft, wieso bin ich denn W-w-w-hä? Was war denn das? W-wieso bin ich denn weggeschubst worden? Weiß doch nix mal Voll Vielleicht mein Controlled worden von der MPS Nee Ich hab die Kontrolle Vielleicht guckst mir ne Aufnahme Scheiße Oh, oh Hast grad Respawn verpasst Naja, alles gut Oh fuck, jetzt ist richtig irgend hier Ja, die in der Mitte haben echt weh getan Nein, Shadow, du gehst nicht wieder hier hin und rüber Mein F**k Anja, zwölf Ort ist, oder? Zwölf, zwölf, zu Minen Ja Ja Ne Aber dass keine Wunke hier ist, weißt du schon Und da rannt er Na, weiß auch warum Ich bin jetzt am Ziel angekommen und kann nicht laufen gehen Wir holen jetzt aber hier Ja, wir schauen nochmal schnell vorbei Ja, wir schauen nochmal schnell vorbei Wollen wir nochmal DR gehen? Ich hab bei mir nur aufgeräumt Zaubere, ich muss ihn noch einmal schauen Ist ich komm schnell das Ziel rüber geflogen? Ja komm, lass mal Dings gehen, Renai Ja Na, kommen wir auf Combat Ja Ich bin in der Mine, gell? Hast du gemacht? Ich bin raus Ich bin raus Oh, ein Torsten, schlaf gut Bittere Tschüss 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 Oh, bis da unten hast du gegraben Ja, ist eine Aufgabe bei denen auch gut Bin jetzt auch für zwölf am Kamer Na gut Ehhhh Und kann man da oder so weitermachen Ups Ups Super Ja, das haben wir schon mal verloren Ich bin schnell rauskleiden Jetzt haben wir noch eine Flagge haben sie uns vor Jaja, da unten meinst du, der ist schön schön Ist natürlich nicht gut, wenn jetzt der Zweiter Heiler hier ist Nice Ich bin die bis oben Schäden ausbaut Alter Schwede Ist doch gut, dass die da sind Alter Schwede Ist doch gut, dass die da sind Alter Schwede Ich hoffe, du heilst das Gegenteil Oder Ja, braucht ihr noch eine Standarte, dann stelle ich Stelle, stelle Alter Schwede, weißt du, was hier gerade kommt? Hinten ist noch der Schamanenheiler Da ist Schwamm und gekickt Hinten ist noch der Schamanenheiler Grounding Totem Das sind so viele Totems Den einen Mann da Medi-Globe Shami könnte schwer haben inline Nice, down, down down is Shami You have the mage Da hinten ist noch der Link Okay, mal gehen mal Dann ihn What? Mario is down Okay, he is down Mhm War doch nicht einmal Eine Kackensfarbe Ja, das ist irgendwie weg Die funktionieren nicht richtig Was? Rogue ist da hinten noch? Dann wollte ich hier was anderes Wollte auf der Wiese Irgendwie schön Fertig Da ist jetzt recht Das Also noch nicht ganz Aber Ja Da habe ich jetzt schön lassen Mit der Brücke Und Ah ja schade Voll schick Voll Schick Mal schauen Ja, wird noch mehr Da den Teich noch schön machen Ja Fischereien Und so Genau Ich habe die Fische Ja, du kannst mit dem Eimer Kannst du die Fische fangen Hier diese Fische da Oh ja Die kannst du einfach her schwimmen Und mit dem Eimer Klick So einen nehmen Und dann bei dir in den Teil ziehen Jetzt muss ich wieder zur DR Super Echt so ein Link da? Äh, ja gut Da sind zwei auf dem Weg Wobei Ne, die sterben noch Ich weiß noch nicht Was in die Mitte kommt Ich will hier noch So ein So ein kleines Häuschen Da ist der Flag Carrier Der Rent Carrier zur Flag Wie so ein Bienen Bitte Okay Ist Sache Toscheplot Ja und da mal schauen Äh, Dings geht Renai kommt einiges Die wollen Renai wieder haben Wunderbär Den machen wir dann auch noch irgendwo hin Vielleicht da am Berg Ja, wir sind jetzt hier äh Stalkbar Stalkbar Kommt her Ja, hat abgegeben, ok Ich finde das gut wie da so So eine Mulde ist Und dann am Meer Schaut cool aus, ja Schön versteckt Schön gemütlich Ja, wir müssen dann den Zug Richtig machen So dass man wirklich Ernsthaft Dass das richtig funktioniert Ja Dass man schön so in das Gleis hineinfährt Und dann Ähm Richtig aussteigen können Und das immer ein Card auf jeder Seite ist Das war gut Das war gut Ich dachte das vielleicht dann eben mit einer Ender chest Wenn wir dann haben Also die R-Safe Und dann ist das mit der Flagge Warte Wie macht das Gott, was haben wir verloren? Th Wenn du zwei Kisten aufstehst Th Macht nichts 3x3 Immer das gleiche drinnen Praktisch Ist wie ein Portal Könnten wir da Nachher sind immer welche drinnen Oder auf beiden Seiten Ich verstehe Jetzt nimmst du Holly oder was? Natürlich Ja Ach nee Ich fange die an Höhööööööööö Ja gut Ja gut Das müssen wir dann ausbauen Genau das können wir dann machen Und dann können wir immer hin und her fahren, ist nämlich sonst noch alter Weg. Ja. Ich weiß nicht. Oh, ich fahr jetzt voll gleich. So zu schlafen geht jetzt rache. Hat's noch? Ich auch. Oh, jetzt hat's da keine Frage. Ja, die haben ehrlich gesagt die Schlage getappt. Oh lieber. Ja, oder wir entscheiden uns welche. So. Ich verstehe nicht, warum der Dudu da hinten hängen gerannt ist. Weißt du? Ich weiß schon. Ich war dumm. Okay. Ich verstehe nicht. Ah. War einfach dumm gewesen, ey. Na gut, was willst du machen? Wir müssen jetzt auch noch sicher machen, dass keine...